Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Orcs Must Die Unchained, heute mal mit dem Debitor. Hallo zusammen. Boah, ich muss erstmal diese nervige Ingame-Mucke hier leiser machen, ey. Ja, die ist echt laut, ne? Ja, die nervt hardcore. They're breaking through! They're breaking through! No! Oh yeah. Die brechen durch, Peter. Hast du eine Karte schon drin? Ja, natürlich. Und nochmal abgegradet? Ne, das doch nicht. Ne? Stimmt, kann ich direkt machen, oder? Bei mir ist es gerade mega am Hakeln, bei dir auch? Ah ne, jetzt nicht mehr. Bei mir ist das voll laut gerade. Ja. Kenn ich. Wollen wir mal ein bisschen leiser alles? Ich stehe blöd rum. Aua, ich bin gestunt. Aber wir sind blau, ne? Ja. Wir gehen jetzt erstmal direkt rein und hauen, hier bin ich noch Fresser. Oh, oh, oh. Aber wir können gleich direkt in das zweite Tor investieren, dass das aufgeht, ne? Ja. Das ist richtig schön nervig für die dann. Und, was ich gemerkt habe, wenn du am Tor stehen bleibst, am Anfang kriegst du voll viele von, äh, voll viel Kohle, so, wenn die da rauskommen gerade. Ah, okay. Wo ist da mal die Kohle, ey? Diese Fäuste unten. Die Fäuste ist für die Minions und die Tore. Ähm, und das, was da drüber ist, diese tausende, was das ist, das ist für die Fallen zu setzen. Aha. Habe ich auch voll lange gebraucht, um da zu checken, so. Ich dachte, ich werde immer stärker durch die Faust. Ach so, ah. Genau, das ist ein Level, was da angezeigt wird. Ist halt ein anderes, ist halt ein anderes Level-System. Du bist halt nach 15 Minuten Level 30.000. Und läuft zusammen. Oh, viele mit mir. Haben wir Level 2. Oh, 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 oh. Wir haben 800, viele. Ich prügel mich erstmal hier vorne mit, gegen die ganzen brennenden Goblins. Nein, oh. Oh Mist, hier sind ganz viele. Lauf. Ach, du bist auf der anderen Seite, ne? Ich komme auch mal da rüber. Ich habe hier mein Bein in den Gepäck. Du hättest links hochlaufen sollen, weil wenn du zur Base zurückläufst, bist du wieder voll. Echt? Ja. Wenn du in das Rift reingehst, wirst du komplett wieder vollgeheilt, innerhalb von ein paar Sekunden. Okay, das wusste ich nicht. Das sieht voll krass aus. Das ist voll Pussy-Mode immer hier hinten. Oh, ich bin nur noch halb voll. Schnell wegrennen. Dafür bin ich schon zweimal gestorben, Mann. Ich habe noch nicht genug Geld. Ich brauche mir Geld. Ah, wir können aber direkt hier Kohle mitnehmen am Tor. Achtung mal, kommen wir hier hin. Na, warten wir mal kurz. Dann siehst du das gleich, Stau. Aber was sehe ich denn hier immer? Hör mal. Warte, komm gleich in sechs Sekunden jetzt. Warte hin. Ja, du siehst gleich, das hat ja dann so ganz viele Fäuste, Chris. Ich weiß nur nicht, ob das immer so ist oder nur, wenn man hier steht. Aber siehst du, wie das reinhaut? Ach ja. Oh, ich krieg Fäuste. High five, Mann. Ich werde schnell mal fallen auf der anderen Seite auf. Ich habe noch ein paar. Ja. Ich bleib mal hier, weil die pushen hier nämlich ganz schön hart. Das ist ja gar nicht so schlecht. Mehr auf der einen Lame-Papai-Stone. Aua, 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 Aua. Ich bin gestunt und... Ich muss rennen. Nein. Nein. Da sterbe ich ganz kurz, bevor ich zu Hause bin. So eine Scheiße. Weißt du, ich finde auch, die Fernkämpfer sind so imbar, ne? Stehen dann immer so und machen damit mehr Schaden als ich mit meinen Klauen. Finde ich total panne. Du hast einen Klauen? Ja, ich habe einen Klauen, genau. Ist der lustig? Ne, das ist der Typ aus Shining. Weißt du, den hatte ich da dafür gebucht gehabt. Oh, da habe ich gestuncht. Okay, renn wir hier weg. Ja, so einen Stuntschlag hätte ich auch gerne. Oh Mann. Ja, kämpf gegen die da. Guck mal, ich habe hier so einen Commander hier. Ich habe hier so einen Nerven, so einen Krieger, sagst du? Ja, der ist halt hier reingeschoben, mit so einer fetten Axt da. Also so ein dicker, großer, sagst du? Genau, und jetzt haben die noch einen, der schießt. Das ist ein Schamane, der hat da so einen Toten stehen. Ah, okay, das Tor geht wieder auf. Kriegst du jetzt auch Punkte? Ne, ne? Nö. Haben wir schon Level 2er? Ne. Bastard. Weil ich, ne, kann ich noch nicht. Mir fehlen noch. Ja, mir fehlen noch. Ich kriege ordentlich Punkte gerade. Ah, okay. Ach, dann ist einer von mir. Weißt du, dieses Rot-Grün fehlt sich hier. Manchmal nervt's. Oh, 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 oh. Boah, ist das voll hier. Boah, ist das laut? Oh, 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 oh. Ich bin gleich tot. Boah. Boah, der geht hier auch voll ab gerade, der Guardian. Ich weiß noch gar nicht, was die meine Sachen können, die ich hier kann. Das weiß ich auch nicht. Ja, du kleiner Usiel. Oh, da ist er wieder, da ist er wieder, der Usiel. Ach, du bist auf der anderen Seite als ich, ne? Das ist ja blöd. Ja, ich komme gleich mal rüber. Nö. Wenn ich dich auch sehe. Ne, ich komme zu dir rüber. Ah, ich kann jetzt auch upgraden. Ach, cool. Okay. Machen wir die mal rein. Ich grade auch mal eben die Minions ab. Ich komme eben zurück. So. Beeil dich, hast noch 10 Sekunden Zeit. Dann kommen die noch mit jetzt. Lauf. Ja, mach es doch. Aber ich glaube, ich gehe auch mal eben, ich komme mal mit zu der Seite, wo du gerade warst und schäme mir noch ein paar Fallen auf. Oder eine kann ich nur. Weil dann läuft's. Also ich habe gerade die zweifachen Minions abgegradet. Ja. Also die zweite Stufe, besser gesagt. Aua. Boah, der los ist, Mann. Also ich kann auch so, wenn ich doppelt Leertaste mache, dann springe ich so nach vorne so. Ist ganz praktisch manchmal. Nein, er kann nicht. Meine Hüfte nur so leicht. Er ist schwul. Ja, ha. 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 Nee, ich kann fliegen. Ha. Oh. Weg hier. Aber ich glaube, der Spielzaunen ist immer noch zu laut. Vielleicht bist du wieder leise. Ha. Ich kann auch einfach rumschreien. Ja, macht das doch mal. Agro dischen. Ich wollte was steuern. Oh. Jetzt. Peter, die stehen ganz tief bei uns hinten drin. Ha. Echt? Mega Kill hat gerade den Gegner gemacht. Aua, aua, aua. Ihr auch? Direkt bei uns. Hau ich mal ab hier. Oh mein Gott. Mal eben recken. Ja, die sind voll hart am Puschen, ey. Aber ich glaube, die haben das schon mal gespielt auch. Ja, ich glaube auch. Ich habe ja ein Level 1 gerade. So. So, die laufen hier hinterher, meine blauen Geisterviecher da. Ja, sehr gut. Oh, die haben den mir viel. Oh Mann. Oh, jetzt ist er weg, Mann. Ja, ich wollte den töten. Du hättest lieber einen Nahkämpfer? Ja, jetzt gerade schon. Ich wusste ja gar nicht, was das hier ist. Ja, man kann aber so schön durch die Fallen, durch die Dinger durchspammen, weißt du? Durch die Fallen. Muss ja nicht reinlaufen extra. Ja, muss ja nicht hinrennen, ne? So, jetzt kriege ich sogar noch mehr Geld hier. Oh ja, pass auf, da kommen welche. Wie viel haben wir eigentlich schon an dem... Oh, geht zurück und heil dich. Oh ja, gute Idee. Ich habe voll den Oberblick. So, jetzt kommen hier voll unsere gepanzerten Einheiten. Ah ja, geht ja echt schnell. Krass. Ja, ist direkt wieder voll. Wann können wir eigentlich das zweite Tor öffnen? Ähm, müssen wir nur upgraden. Mit Kohle. Ach ja, oh. Eins, zwei, drei... Oh, da ist aber vier. Ja, zehn Stück sind das. Ist aber gar nicht mal so schlecht. Ich packe da schon mal tausend rein. Weil eigentlich je länger unsere Minions überleben, je mehr Kohle kriegen wir, glaube ich auch. Ich meine, so war das. Ah, okay. Weil jetzt gerade habe ich super lange noch Kohle gekriegt. Bestimmt so lange die da sind. Weil hier die Pusche wieder hart, ne? Ja, die nerven da rum. Aber wir haben auch anscheinend nicht gut genug gefallen da, so, ne? Ich sehe gerade, ich kann mir ein paar bauen. Ja. Aber ich kann auch irgendwas bauen hier. So ein Pfeil-Ding baue ich jetzt. So ein Stachelteil immer. So. Aber gibt es ja eigentlich so eine Single-Kampagne, so wie in dem ersten Teil? Nee, ich glaube nicht. Die sollen mal herkommen hier. Ja. Normal. Orange auf drei? Was soll uns das sagen? Das ist ein Großboon, nehme ich wieder. Orange auf drei, was sagen die? Ja, hat der gerade gesagt, Orange auf drei. Aber keine Ahnung, was er uns damit sagen möchte. Ach so. Okay. So, ich begebe mich mal in meine Meute hier rein. Ach, weil wenn du da drin stehst, dann kriegst du so zehn pro Tick. Wenn du in deiner Meute drin bist. Ah, okay. Da muss man auch was mal wissen, weil so kriegst du nämlich viel schneller Geld. Bleib jetzt einfach die ganze Zeit da drin stehen. Alter, da drückt jetzt aber Hardcore hier. Oh, ich bin gestunt. Ah, aua, aua. Aua, fast tot. Boah. Weißt du, einmal rein, drei Sekunden da gestanden, fast tot. Was ist denn da los? Wollt ihr bei den Gegnern oder was? Ja. Also hier ist gerade auch richtig viel los. Weil kommt mein Rechner schon immer gleich. Boah, neun. Krass. Hä? Ich krieg bald neun. Krass, Mann. Aber nur ein Renderrechner. Mit Rändern. Ja. Hey, warte, baut diese Falle hier hin. Los. Ich hab keine Falle, ich kann keine Falle bauen, Junge. Aber ich hab nochmal tausend, tausend über, also. Oh, ich hab auch noch tausend. Ich pack halt auch nochmal in der zweite rein. So. Dann komm ich auch mal da hin. Haben wir gleich zwei offen. Dann haben wir ja noch sechs, ne? Ja. Na, kriegen wir schon zusammen. So, ich stell mich jetzt erstmal in das Tor, damit ich von allem was abgreifen kann. So. Na gut, die haben aber auch erst zwei. Also so hart ist es noch nicht. Also geht noch, meinst du? Ja, ich hab gestern mit welchen gespielt. Die hatten halt, glaub ich, gar keine Ahnung einfach. Und haben die Tore nicht geskillt. Aber drei Stück von fünf. Und dann hatten die auf einmal schon das Tor Level 3. Und wir hatten gerade mal Level 2. Und dann ging der nächste von denen auf. Achso, ja, okay. Dann war es vorbei. Ja, dann war natürlich gelaufen erstmal das Spiel. Ja, Kombo, Mann. Keine Ahnung, was ich hier drück, aber ich drück's einfach mal. Wie die alle von den Fallen einfach kaputt gemetzelt werden. So, das bringt gar nichts. Ja. Alter, das hat am Ruckeln hier gerade. Echt? Weil bei mir ruckelt es echt gar nicht, ne? Ja, sind alle pickten auf einmal so. Wo ist denn da einer? Ach, hier, noch vor viele. Da sind die Beta, ne? Die werden wahrscheinlich noch was nach dem Schrauben. Ja, nehm ich mal an. Was steht bei dir? Was steht bei dir rechts bei CPU-Use und so? Äh, gut. Okay. Aber der Bad. Echt? Weil... Ah ja, ich renne da noch nebenbei. Ja, okay. Dann brauchst du dich auch nicht wundern, würde ich mal sagen, ne? Okay, warte, ich mach mal Pause. Dann ist bestimmt gut. Okay. Ah, jetzt gut. Lol. Ah. Boah, hier geht es aber ab, ey. Krass, da läuft es auch ein bisschen besser, hab ich das Gefühl. Ja, kann man sich vorstellen, oder? Weil in den normalen Kämpfen, also normal ist das nicht gemerkt, aber jetzt nur in den Kämpfen halt, ne? Ja. Ja, deshalb hab ich bald einen zweiten Rechner fürs Rendern. Das wird cool. Das wird renderhaft. Ja, guck mal, ey, das war ein Gigabyte Mainboard, 4 Gigabyte RAM und ein AMD 3,8 Gigahertz. Quad-Core. Ja, weil ich war. Krass, für 209 Euro, oder... Ne? Das finde ich voll krass, irgendwie. Ja. Weil ich wurde 2000 Mark bewitzert, aber noch mehr. Ja. Oh, jetzt können wir rein. Go. Yay, alle rein da. Nein. Aua, aua, boah. Boah, was hat denn für eine Falle, ey? Ich hab einfach nur super viel Schaden bekommen. Aua, aua, lass mich doch hier raus. Oh. Oh, laupt zurück, Mann. Oh ja, sehr gut. So, ich grade nochmal das zweite Tor ab. Ja, ich geb den Heim, dann komm ich auch nochmal. Ja, die haben jetzt schon Level 3. Ach, die sind schon ein bisschen durch. Echt? Krass. Wir müssen noch gewinnen, ist so ein Ranked Match, oder? Ne, ist unranked. Okay, dann müssen wir verlieren. Dann müssen wir verlieren. Nein, wir müssen das natürlich in jedem Fall gewinnen, egal was das für Matches ist. Okay. Ob das jetzt Fußball-WM ist, oder Runde Counter-Strike, wir müssen immer gewinnen. Tor 2, fehlen noch 4K. Ja, stimmt. Die Stampfer da oben bringen nichts. Warum nicht? Weil die nicht bis auf den Boden gehen. Ach, Mann. Sind die von dir? Ja. Kannst du mit F abbauen, dann kriegst du auch noch einen Teil wieder von der Kohle. Hab ich. Also, weil es nicht hoch genug ist, oder niedrig genug ist. Ja, ja, genau. Finde ich auch, wir sollten sie fixen, dass man die dann gar nicht da bauen kann, einfach. Ja, eigentlich schon, genau. Ja. Ein paar Fallen hingebaut. Boah, erstmal wieder hier rein. Bitte? Ist das Warcam, die andere Tür? Ja, ich glaub ja. Alter, komm, ich komm wieder rein, ohne Scheiß. Boah, hier vorne, ne? Ich bin ja auch grad hier. Und vor den großen musste ich auch in Acht nehmen, ne? Die sind übel. Die machen viel Schaden. Boah, der hat mich dreimal getroffen, halb tot. Ach, Kombo. Ich auch. Die haben wir gut weggematcht. Ach, Mist, mir fehlt noch ein bisschen. Verdammt. Aber man reckt ja auch sofort wieder Hardcore, wenn du aus dem Kampf raus bist. Muss man auf achten. Geht super schnell. Das stimmt. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man die Fallen vom Gegner nicht kaputt schlagen kann. Irgendwie. Weil die sind immer drin im Grunde, ne? Ja. Also immer da, wenn du so willst. Aber die haben auch einen Lebensbalken, deshalb der Travi auch nicht so ganz. Warum die überhaupt nicht... Ich hab mich dann noch gepatcht. Ja, vielleicht kann man die später noch kaputt schlagen, ne? Aber da fehlen noch knapp 400, dann kann ich upgraden. Aber unsere Guard hier ist auch komplett tot fast schon, ne? Ja. Ja. Vielen Dank.